Die New Yorker Start-up-Gründerin Madeleine Federova bricht mit 19 ihr Kunststudium ab, um eine App gegen Angststörungen aufzubauen. Will ich wirklich studieren? Oder sollte ich nicht lieber mein Leben einer App widmen und die Botschaft von Selbstfürsorge und Liebe verbreiten? Madeleine leidet unter schweren Panikattacken, weigert sich jedoch, einen Arzt aufzusuchen. Sie glaubt, durch die Selbstbeobachtung ihrer Emotionen ihre Panikattacken in den Griff zu bekommen. Selbstvermessung und Selbstbehandlung, das ist Madeleines Antwort auf ihre psychischen Probleme. Daten sammeln ist dabei ein zentraler Bestandteil. Ich höre täglich, wie Menschen zum Psychiater oder Therapeuten gehen, Tabletten einnehmen und dabei leiden. Die App bringt dir bei, deine Ängste loszulassen. Es ist ein Wellness-Tool, therapeutisch und ganzheitlich. Die Vermessung der Psyche. Ein Feature über digitale Therapeuten von Sebastian Meissner. Ich fühle mich nicht so gut, psychisch jetzt. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich sehr leer und hohl wie eine wandelnde Hülle. Und es fühlt sich so an, als würde ich ständig fallen ins Unendliche. Und es gibt kein rechts und kein links und es gibt kein oben und kein unten. Und ich wünschte so sehr, dass ich endlich aufprallen würde, aber es passiert einfach nicht. Irgendwie ist der Sinn weg. Und um ganz ehrlich zu sein, manchmal erscheint mir das Sterben und das Einfach-Weggehen als ganz angenehme Alternative zu dem Hiersein. Können wir da vielleicht irgendwas machen? Christina Wilms ist 33 und leidet seit ihrer Jugend an Depressionen. Auf YouTube spricht sie medienwirksam über ihre Krankheit. Bei meinem Hausarzt saß ich dann im Sprechzimmer. Ja, Frau Wilms, es geht Ihnen also nicht so gut. Ich höre so eine Tendenz zur inneren Leere heraus und scheinbar ist das Selbstwertgefühl momentan auch nicht so tippitoppi. Meine Sprechstundenhilfe gibt Ihnen eine Liste mit einem Psychologen und deren Telefonnummern in Berlin. Die rufen Sie dann der Reihe nach an, vereinbaren einen Termin und dann wird alles wieder gut. Was Christina Wilms hier beschreibt, ist nur ein Bruchteil der Frustration, den psychisch Kranke im Gesundheitssystem erfahren. Die Zahl der Menschen mit Depressionen steigt weltweit rasant. Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO sind rund 322 Millionen Menschen betroffen. Gut 18 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Allein in Deutschland wären tausende von zusätzlichen Psychotherapeuten nötig, um diese Versorgungslücke zu schließen. Digitale Gesundheitsvorsorge und App-basierte Therapien erscheinen da wie eine willkommene Alternative. Was wir Leute sehen in der Branche ist, dass es, es gibt viel zu wenig Psychotherapeuten, eine App ist anonym, es ist cool, sich zu tracken, alles irgendwie von sich aufzuschreiben. E-Mental Health ist das neue Schlagwort. Eine Unterkategorie des E-Health, also Gesundheitsvorsorgemaßnahmen, bei denen Computertechnologien und das Internet zum Einsatz kommen. Weltweit gibt es weit über 10.000 Apps zur Behandlung von psychischen Krankheiten, die man einfach im App-Store herunterladen kann. Ich fand halt diese ganzen Geschichten mit künstlicher Intelligenz total spannend. Also eine App zu haben, die vor mir erkennt, wann die ersten Symptome eintreffen. 2014 gründet die BWL-Studentin Wilms mit weiteren Mitstreitern ein Start-up. Aria. Die App, die den Umgang mit Depressionen managen will, wird aus der Taufe gehoben. Und Christina Wilms wird zum Werbegesicht der App. Hallo, ich bin Christina Wilms, die Gründerin von Aria. Wir bei Aria wollen Menschen mit psychischen Erkrankungen dabei helfen, ihr Leben wieder in eigene Hände zu nehmen und den Heilungsprozess zu unterstützen, wieder Manager ihrer eigenen Erkrankung zu werden. Psychische Erkrankungen führen häufig zur Arbeitsunfähigkeit. Die Daten deutscher Krankenversicherer und der Deutschen Rentenversicherung zeigen, Arbeitsausfälle durch Burnout und Depressionen haben sich hierzulande in den letzten 20 Jahren fast verdreifacht. Gleichzeitig erfordern gesprächsbasierte Therapien lange Zeitläufe, zahlreiche Sitzungen, um bescheidene Ergebnisse zu erzielen. Medikamente haben bei der Behandlung von Depressionen eine Erfolgschance, die unter 50 Prozent liegt. Hallo, wie fühlst du dich? Ich lade mir die App Aria herunter und teste sie über einen längeren Zeitraum. Sie ist kein zertifiziertes Medizinprodukt. Im App Store wird sie in der Kategorie Gesundheit und Fitness geführt. Hauptsächlich ist Aria ein Stimmungstagebuch. Auf einer Skala aus fünf Smileys soll ich täglich meine Stimmung bewerten. Am besten dreimal am Tag. Aria lernt von deinen Verhaltensmustern und schlägt genau im richtigen Moment eine Aktivität vor, die dir gut tut. Es geht dabei darum, mithilfe von künstlicher Intelligenz einen mobilen Alltagsassistenten zu entwickeln. Dieser Assistent kann durch Datenanalyse erkennen, wie es dir geht und auf dieser Grundlage dir individuelle Aktivitäten und Interventionen vorschlagen. Mehr Informationen dazu findest du hier. Menschen verspüren heute eine hohe Affinität zu ihren digitalen Endgeräten. Aus diesem Grund sind viele unserer Erwartungen und Hoffnungen an diese Geräte geknüpft. Erwartungen und Annahmen sind wiederum in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Forschung sehr wichtig. Weil sie mit dem Placebo-Effekt zusammenhängen. John Torres ist Psychiater an der Harvard-Universität in Boston. Seit Jahren erforscht er das Phänomen der elektronischen Behandlung von psychischen Krankheiten. Menschen, die an den Nutzen ihrer Smartphones glauben, werden eher davon ausgehen, dass ihr Gerät ihnen auch durchaus nützliche Dinge über psychische Gesundheit vermitteln kann. Die Patienten greifen wir nach Strohhalm, vor allem wenn sie lange krank sind. Es betrifft Krebs, es betrifft natürlich auch Depressionen. Und wenn immer aus dem Markt geworfen wird, was vielleicht helfen kann oder nicht, aber es wurde nicht untersucht, ob es wirklich funktioniert. Ich habe da ethische Bedenken. Auch Stefan Lüttke, Diplompsychologe an der Universität Tübingen, arbeitet an einer Studie, die per App Depressionsschübe bei Jugendlichen vorhersagen soll. In der Altersgruppe zwischen 15 und 25 Jahren sind depressionsbedingte Krankenhausaufenthalte heute siebenmal so hoch wie im Jahr 2000. Die Idee ist eigentlich ganz einfach, dass ich mit Hilfe von Depressionsmarkern, also Daten, die ich im Alltag bei Menschen automatisch abgreifen kann, dass ich mit Hilfe dieser Daten eine depressive Episode vorhersagen will. Stefan Lüttke will dazu Chatprotokolle von WhatsApp aus den Smartphones der Jugendlichen auslesen und sie anschließend analysieren. Was sind das für Marker, die Hinweise auf eine erneute Depression enthalten könnten? Also wenn man ehrlich ist, wissen wir es noch nicht. Darum geht es auch in der Forschung. Also was wir wissen aus Studien mit Erwachsenen, ob ich absolutistische Wörter verwende wie niemals, immer, also so ein Schwarz-Weiß-Denken. Und dann wie ist mein Bewegungsradius, das kann man über GPS machen. Und das eigentliche Verhalten, also wie oft nutze ich mein Smartphone, was schreibe ich in WhatsApp, wie oft schreibe ich. All das, dafür gehen wir zumindest aus, liefert uns Hinweise, ob eine Depression demnächst ansteht. Die Entwicklungszyklen einer App betragen etwa sechs Monate. Wissenschaftliche Studien über ihre Wirksamkeit aber dauern Jahre. App-Entwickler haben erkannt, dass sie ohne die Rückendeckung von Psychiatern und Psychotherapeuten keine seriöse App etablieren können. Immer mehr Start-ups streben daher eine Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Krankenkassen an. Genau, also das Wichtige ist eben, dass es einen wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis gibt. Anne Moschner und Dennis Kohl betreuen E-Metal-Health-Programme bei der Techniker Krankenkasse. Ein Medizinprodukt ist in der Zulassungsklasse 1, dann ist es wie ein Pflaster. Da kann der Arzt auch sagen, gehen Sie an die Apotheke und kaufen Sie sich ein Pflaster. Oder er verschreibt Ihnen das. Genauso ist das halt mit einer unbedenklichen App. Nutzen Sie doch hier so ein Tagebuch. Ich kenne da eine App, die ist gut, das kann er ja machen. Aber er darf es halt nicht verschreiben in dem Sinne. Wenn da Kosten mit im Spiel sind, und das ist eben bei vielen Innovationen und bei Start-ups so, die möchten damit auch Geld verdienen. Das Meiste auf diesem Start-up-Markt ist ja, die wollen schnell die Cola wieder zurückkriegen halt. Für schnelle Sachen finden sie immer Geld. Sie kopieren irgendeine Idee aus den USA, das geht super. Da finden sie eine Venture Capitalist. Aber jetzt Leute sagen, okay, wir investieren wir jahrelang wirklich Geld in ein Medizinprodukt. Das kriegen sie bloß mit staatlicher Förderung bis jetzt. In Deutschland gibt es momentan nur 13 Mental Health Apps, die als Medizinprodukt in der Kategorie 1 zugelassen wurden. In der gleichen Klasse befinden sich Rollatoren und Stützstrümpfe. Charisma, Chancen und Risiken von Gesundheits-Apps, ist die letzte von der Bundesregierung in Auftrag gegebene wissenschaftliche Studie, die sich mit diesem Thema umfassend befasst hat. In der Studie von 2016 wird der Selbstbehandlung durch Apps zwar generell Potenzial zugesprochen, wissenschaftliche Nachweise für ihre Wirksamkeit fehlen jedoch bis heute gänzlich. Es ist nicht so einfach, so viele Studien jetzt schon parat zu haben, weil die Technologie ja auch recht neu ist. Es ist noch gar nicht genug Zeit vergangen, als dass man jetzt so viele Studien hätte herstellen können. Urs Vito Albrecht leitete die Charisma-Studie. Er arbeitet im Bereich Medizinische Informatik an der Technischen Universität Braunschweig und an der Medizinischen Hochschule Hannover. Apps sind eine sich ständig weiterentwickelnde Technologie. Die Rezeptur eines Medikaments dagegen verändert sich nach einer Zulassung in den meisten Fällen nicht mehr, erklärt Urs Vito Albrecht. Dann ist ja schon ein Update da. Eigentlich müsste man das ja dann berücksichtigen, weil es jetzt eine Veränderung gegeben hat, aber dann haben sie natürlich keinen Vergleich mehr dazu, wie es denn dann vorher war. Also das ist insgesamt schon eine Herausforderung, da vernünftig Studien zu machen. Da geistert unheimlich viel auf dem Markt rum, wahnsinnig viel. Aber gleichzeitig beobachten wir auch, dass es zunehmend auch einen qualitativ hochwertigen Markt in Anführungszeichen gibt. Dass viele Start-ups sich stark mit Unis vernetzen und dass viele Entwicklungen durch Forschung begleitet werden. Marc Göring ist der Mitbegründer von Moodpath, einer Depressions-App, die a ja nicht unähnlich ist. Menschen, die eine depressive Episode haben, müssen eigentlich damit rechnen, vor allem wenn sie sie jung bekommen, dass sie irgendwann in ihrem Leben nochmal einen bekommen. Das heißt, sie sind eigentlich chronisch krank, alle. Sie sind eigentlich in einer Situation, wo sie das Recht hätten, Begleitung zu haben. Wer sollte nicht begleiten? Ein Hausarzt? Ein Psychiater? Zum Beispiel einen digitalen Begleiter? Du gehst durch eine schwierige Phase im Leben? Fühlst dich psychisch einfach nicht fit? Moodpath begleitet dich auf deinem Weg aus der Depression. Marc Göring schlägt seinen Usern vor, dass sie seine App ständig nutzen sollen. Auch wenn sie gerade nicht depressiv sind, quasi als Dauer-Depressions-Prophylaxe. Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe erkranken 17% der Deutschen mindestens einmal in ihrem Leben an einer depressiven Störung. All diese Menschen zu chronisch kranken zu erklären, erklärt mir Stefan Lüttke, wäre eine starke Simplifizierung. Mit dieser Redefinition erweitert jedoch Marc Göring den Stamm seiner potenziellen Kunden. Seine Firma verkauft Antidepressions-Training-Abos für 9,99 Euro im Monat. Bist du gerade ruhig und entspannt? Sehr stark? Ziemlich? Ein wenig? Gar nicht? Glaubst du, dass es dir in der Zukunft gut gehen wird? Sehr stark? Ziemlich? Ein wenig? Gar nicht? Fällt es dir gerade schwer, dich zu konzentrieren? Sehr stark? Ziemlich? Ein wenig? Gar nicht? Ich teste auch diese App. Mehrmals am Tag werde ich mit solchen Fragen konfrontiert. Spätestens nach 5 Tagen fühle ich mich von dieser Erhebungsmethode mental erschöpft und überfordert. Fühle ich mich heute wie dieses Smiley oder jenes? Fühle ich mich gerade interessiert, stolz, erleichtert, zuversichtlich, verärgert, schuldig oder leer? Viele unserer User wissen, dass sie einfach einen Blick auf sich behalten wollen und profitieren von dieser täglichen Reflexion, der Achtsamkeit nach innen. Ist das Selbstreflexion? Oder beginnt nicht bei der dreimal täglichen Stimmungsbewertung bereits die Selbstoptimierung? Ja, ich gebe dir recht. Also es gibt da eine Überlappung von Menschen, die eine Neigung dazu haben, man könnte vielleicht sagen, das hat eine leicht vielleicht zwanghafte Akzentuierung irgendwo, die haben fast intrinsische Freude daran, sich selbst sozusagen zu vermessen. Von Ärzten und Betroffenen höre ich nicht selten die Kritik, dass diese Art des monotonen Abfragens negative Emotionen sogar verstärken kann. Aria Toolbox Angenehme Aktivitäten Ins Grüne fahren 209 haben es hinzugefügt Etwas basteln 134 haben es hinzugefügt Zu einem Konzert gehen 113 haben es hinzugefügt Einen Smoothie mixen Sex haben Haus putzen Kaffee und Kuchen Die Liste erscheint mir endlos. Mein Kopf raucht und ich frage mich, ob mich die Anzahl der Likes nicht beeinflusst. Mangelt es Menschen, die an Depressionen und Angsterkrankungen leiden, nicht gerade an sozialen Kontakten, mit denen sie diese Dinge tun könnten, gehört nicht zu der Grunddynamik einer Depression, dass man sich da eben nicht mit eigener Kraft rausziehen kann. Also Apps funktionieren sicherlich in dem Bereich zur Information gut. Ich erreiche unter Umständen Patienten, die ich sonst nie sehen würde. Allein weil die aus ihrem eigenen Interesse mal schauen und gucken. Dann kann so eine App als Türöffner funktionieren, dass ich mir jetzt erst bewusst werde, dass da vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist und suche dann den Weg zum Therapeuten. US-Psychiater Aaron T. Beck und Albert Ellis entwickelten in den 1960er Jahren die kognitive Verhaltenstherapie. Sie stand in Konkurrenz zum bis dahin dominierenden Ansatz der Psychoanalyse. Statt sich den Gefühlen, Träumen und Fantasien zu widmen, fokussiert sich die Verhaltenstherapie auf die Gedankenwelt des Patienten. Eine Depression ist damit die Folge von ungünstig verknüpften Gedanken, die dann zu negativen Gefühlen führen. Ändert man die Gedanken, dann ändern sich auch die Gefühle. Diese Annahme gilt als einer der Kritikpunkte an der Verhaltenstherapie. Der Rückschluss, dass negative Gedanken die Depression auslösen, sei nicht schlüssig. Da negative Denkmuster die Folge, aber auch die Ursache einer Depression sein können. Ich habe es wirklich versucht mit der Verhaltenstherapie. Das hat mir einfach nicht geholfen. Außer, dass ich verinnerlicht habe, meine Medikamente regelmäßig einzunehmen, kontinuierlich meinen Psychotherapeuten aufzusuchen und zu meinen Selbsthilfetreffen zu gehen. Robin, die eigentlich anders heißt, möchte anonym bleiben. Sie erzählt mir, dass sie jahrelang in einem Arbeitsklima gearbeitet hat, das sich sehr negativ auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt hat. Viele Leute, die bipolar sind, trinken und nehmen andere Drogen als eine Art Selbstmedikation. Ich bin eine von ihnen. Robin ist bipolar, eine psychische Erkrankung, die durch starke Stimmungsschwankungen bestimmt ist. Die betroffene Person pendelt dabei zwischen Depression und Manie, ohne diese Wechsel willentlich kontrollieren zu können. Ich habe viel Alkohol und Kokain konsumiert, gelegentlich auch verschreibungspflichtige Betäubungsmittel. Studien besagen, dass die Hälfte aller Personen, die drogenabhängig sind, zusätzlich eine psychische Störung haben. Als ich mit dem Trinken aufhörte, war das ein enormer Fortschritt für mich. Logo-Rhythms, Algorithms, Multiplication, Linear-Integration. Können auch digitale Assistenten süchtig machen? Das Menschenbild, das hinter Mental Health-Applikationen steckt, definiert den User als ein manipulierbares Wesen. Durch algorithmengesteuerte digitale Anstupser sollen uns motivieren und leiten. Leitsysteme, wie Google Maps. Doch wer leitet uns da? In der E-Mental Health-Fachliteratur kommen oft Begriffe wie Entscheidungsarchitektur und Nudging vor. Nudging ist eine Art des sanften digitalen Anschubsens. Zum Beispiel durch Likes oder Push-Notifikationen. Also, wenn eine App von selbst auf sich aufmerksam macht. Die Grundlage der Idee ist halt ein sehr egozentrisches Weltbild, in dem es halt immer nur darum geht, den Mensch funktional zu machen. Es sind Weltbilder aus der Verhaltensökonomie und dem sogenannten libertären Paternalismus, die sich dahinter verbargen. Es wird davon ausgegangen, dass Menschen nicht immer rationale Entscheidungen fällen und deshalb in ihren Entscheidungen gelenkt werden müssen. Kritiker bezeichnen das Nudging als eine Form der Gängelei und Bevormundung. Das ist so die Ausgangslage, also mach jetzt das. Und es ist halt super eindimensional. Es simpliziert das Problem halt so sehr und nimmt dem halt ganz viele Dimensionen, die da eigentlich ja noch mit drinstecken. Ende 2018 wurde Aya von einem anderen Start-up-Unternehmen aufgekauft, der Firma GetOn. In einem Video, das Christina Wilms zum Abschied in den sozialen Netzwerken gepostet hat, bedauert sie nicht, in das neue Team übernommen worden zu sein. Ich glaube, Digitalisierung oder Technologien können unterstützend wirken. Aber wenn es halt dazu kommt, dass ich das Gefühl für mich selber verliere, weil ich das abgebe an die App, dann finde ich das halt total gefährlich, weil ich dann abhängig werde und werde getrieben. Likes und Push-Benachrichtigungen sind die sanfte, unbewusste Befehlssprache der App-Light-Systeme. Und während wir uns selbst therapieren, entwickeln wir diese Produkte immer gleichzeitig mit, und zwar umsonst. Durch Dauerevaluation, durch Dauereingespannt sein, schenken wir diesen Firmen unsere Arbeitszeit und unsere Daten. Wenn du depressiv bist, greifst du dann wirklich nach einer App? Oder fühlt sich dein Smartphone dann nicht so schwer wie ein Ziegelstein an? Wirst du dann tatsächlich auf eine digitale Schaltfläche drücken, in der Hoffnung auf Linderung? Ich halte den Gebrauch von Apps zur Behandlung von psychischen Krankheiten für sehr beschränkt. Robin lebte über 30 Jahre in San Francisco. Dort betreute sie Risikokapitalinvestitionen, die in Hightech, medizinische Geräte, KI und Big Data investierten. Aus direkter Nähe beobachtete sie, wie das Silicon Valley zu seiner heutigen Größe anwuchs. Alles, was die Interaktion mit einem Menschen abbaut, ist für Investoren von Interesse. Es ist ein bisschen wilder Westen, was hier gerade in den USA abläuft. Es ist das, was sich schon vor Jahrzehnten abspielte, als Akademiker scharenweise in die Pharmaindustrie wechselten. Roger Villadaga von der Duke-Universität im US-amerikanischen Bundesstaat North Carolina erforscht mobile Technologien zur Suchttherapie. Villadaga entwickelt eine App, die schizophrenen Menschen das Rauchen abgewöhnen soll. Es gibt viele Akademiker, die jetzt Firmen gründen und sich auf den Weg in Richtung Silicon Valley machen. Tech-Giganten wie Google, Apple, Microsoft und Amazon haben alle ihren Blick auf die Verhaltensforschung gerichtet. Sie investieren große Summen und rekrutieren überall Verhaltenswissenschaftler, um ihre eigenen Gesundheitssysteme zu kreieren. Und es ist noch nicht klar, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Jemand, der dann das verstanden hat, wie grundsätzlich die Psyche funktioniert, der kann natürlich die Apps dann noch so aufbereiten, dass sie uns noch mehr binden. Es ist durchaus schon so, dass wenn ich dann Stimulation erfahre und ich bewerte das positiv, dann habe ich natürlich auch schon Suchtpotenzial. Das kann schon passieren. Der US-amerikanische Entrepreneur Nir Eyal hat vielleicht sowas wie die Bibel für App-Entwickler geschrieben. Hooked. Wie sie Produkte erschaffen, die süchtig machen, beschäftigt sich mit der Psychologie des Konsumverhaltens und verhaltensgetriebener Softwareentwicklung. Geben wir es ruhig zu. Wir arbeiten alle in der Überredungsbranche. Technologien schaffen Produkte, die andere dazu bringen sollen, das zu tun, was wir wollen. Wir nennen diese Leute Kunden. Und selbst wenn wir es nicht laut aussprechen, wünschen wir uns insgeheim, dass jeder Einzelne von ihnen rettungslos an den Haken dessen gerät, was auch immer wir herstellen. Hooked, was auf Englisch sowohl aufgehakt, aber auch süchtig bedeutet, wird auch in wissenschaftlichen Studien zitiert, die psychische Gesundheits-Apps erforschen. Wussten Sie schon, dass Menschen, die unter Depressionen leiden, ihre E-Mails viel öfter checken? Die ganze Zeit hier irgendwas piept und blinkt, weil immer irgendwas ist. Dadurch bin ich ja unter Dauerfeuer. Da bin ich aber gar nicht für ausgelegt als Mensch. Und sie genauso wenig, weil wir eigentlich auch Ruhezeiten haben müssen. Das ins Verhältnis zu bekommen. Wie gehe ich mit der Technologie um, dass sie eben mir nicht schadet? Das ist eine enorme Herausforderung. Aber durch diese ständige Reizgabe, die da ist, kommt man ganz schlecht dazu, sich da rauszunehmen. Wir greifen zwischen 50 und 180 Mal am Tag nach unserem Smartphone. Jede neue Push-Benachrichtigung schüttet Dopamin in unserem Körper aus. Wir werden jedes Mal in einen Erregungszustand versetzt. Auch, wenn sich eine Gesundheits-App bei uns meldet. Was Smartphones im Grunde tun, ist ständig, unseren Namen zu rufen. Und unser Gehirn ist so ausgelegt, dass, wenn jemand unseren Namen ruft, es andere Reize außer Kraft setzt. Studien haben gezeigt, dass es die Angst ist, etwas zu verpassen, die Menschen nach dem Smartphone greifen lässt. Nomophobie, eine Art Technologieabhängigkeit, bei der das Stresshormon Cortisol im Körper ausgeschüttet wird. Führen wir eine angstproduzierende Maschine auf Schritt und Tritt mit uns, die zu einem unverzichtbaren Gerät unseres Lebens geworden ist? Einige einst hochrangige Player aus dem Silicon Valley distanzieren sich heute von den Technologien, die sie reich gemacht haben. Auf Bühnen und Podien sprechen sie über die destruktiven Wirkungen von Smartphones und sozialen Medien. Tristan Harris, Sean Parker, Roger McNamee, die Liste ist nicht kurz. Die Erfinderin des Like-Buttons bei Facebook, Leah Perlman, distanziert sich heute von ihrer Erfindung. Heute spricht sie von süchtig machenden Rückkopplungsschleifen, wenn sie auf ihrer Erfindung angesprochen wird. Wie gesund ist es für psychisch Kranke überhaupt in sozialen Netzwerken zu verweilen? Wie können sie sich gegen diese suchterzeugenden Techniken, auf die auch Facebook zurückgreift, besser schützen? Was rät Antigone Davis, Facebooks derzeitige Chefin für Sicherheitsangelegenheiten solchen Usern? Es ist eine interessante Frage. Wir haben diese Rubrik mit Tipps. Also mach mal eine Pause, mach einen Spaziergang. Oder trinke eine Tasse Tee. Nach dem Dopaminhai eine Tasse Tee zur Beruhigung? Das Paradoxon der sozialen Netzwerke. Sie vernetzen den gesamten Globus. Die User ertrinken in getippter Kommunikation. Studien zeigen, je seltener wir Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnen, desto höher das Risiko einer Depression. Das Großartige an unserer Plattform ist ihre Fähigkeit, Menschen, die sich einsam fühlen, nicht mehr so einsam fühlen zu lassen. Facebook vertraue ich am wenigsten. Mark Zuckerberg, ein schrecklicher Mensch. Er hat als Führungskraft komplett versagt. Ich bin da komplett ausgestiegen. Seitdem ich diese Echokammer verlassen habe, geht es mir viel besser. Ich bin weniger depressiv. Vielleicht war ich süchtig. Zu einem der zentralen Protagonisten im deutschen e-Mental-Health-Netzwerk gehört der promovierte Psychologe David Ebert. Er hat sich auf die Einbindung von Mental-Health-Apps ins deutsche Gesundheitssystem spezialisiert. Ebert ist doch Teilhaber des Start-ups GetOn Institute, das digitale Trainingseinheiten anbietet. David Ebert belegt somit eine Doppelrolle. Die eines Wissenschaftlers, der Studien entwickelt und die eines Unternehmers. 2018 hat GetOn die App Aya aufgekauft. Wiehe ich mit meiner Wissenschaft. Ich habe inzwischen zu digitalen Interventionen, glaube ich, weiß nicht, irgendwas zwischen 100 und 120 internationalen Peer-Review-Papern in den führenden Journals der Welt. Die Werbebotschaft von GetOn ist die Wissenschaft. Wir haben die Wissenschaft, der Rest der Start-ups nicht. Befindet sich David Ebert da nicht in einem Interessenkonflikt? Wenn man ehrlich ist, hat jeder Wissenschaftler einen Konflikt of Interest, bezogen auf seine eigene Forschung. Weil es ist das eigene Baby und man wird daran gemessen, wie erfolgreich man publiziert. Und das geht besser, wenn man positive Ergebnisse verkauft. Persönlich, individuell, wirksam. Die Wirksamkeit unserer Trainings ist wissenschaftlich belegt. Sie erhalten effektive Unterstützung, wann immer sie sie benötigen. Auch David Ebert räumt ein, dass therapeutisch begleitete Programme wirksamer sind als Programme ohne Begleitung. Umso erstaunlicher, dass Ebert und sein GetOn-Startup Aya aufgekauft haben. Eine App, die die hohen Anforderungen, die Ebert an digitale Behandlungen stellt, kaum erfüllen kann. Zu der es keine einzige Studie gibt, die ihre Wirksamkeit belegt. Und Ziel ist jetzt, gemeinsam eine neue hybride Plattform zu entwickeln, auch unter Nutzung künstlicher Intelligenz. Dass die App zunehmend lernt, welche Aktivitäten tun mir individuell denn wirklich gut. Und dass die App das Stück für Stück lernt, auf Basis von allen Usern, die das nutzen, aber auch auf Basis von einem individuellen Nutzer. Also verbleibe ich letztendlich wieder in der sich selbstbestätigenden Algorithmusblase. Keine Chance, dem eigenen Profil zu entkommen. Stefan Lüttke, der Forscher hinter der WhatsApp-Depressionsstudie, weiß noch nicht, ob er sich auf das Terrain des Unternehmers begeben will. Es existiert gar kein Startup, es ist nichts gegründet und ob nicht mal kommen wird, steht absolut in den Sternen. Ich sehe mich als Wissenschaftler, also mit strengen ethischen Vorgaben und da gibt es auch keine Abweichung. Lüttke untersucht bei seiner WhatsApp-Studie die Sprache depressiver Kinder. Zum Beispiel, wie oft sie negativ konnotierte Wörter benutzen. Stimme soll wohl so wie ein Fingerabdruck sein, also sehr individuell. Ich sage mal so, aus methodischer Sicht ist es kein Hexenwerk. Sie nehmen sich einfach Haufen Leute, lassen die sprechen, jagen das durch Musikanalyse, sage ich jetzt mal. Und ich gucke halt vorher, ob die wirklich vorher depressiv waren oder nicht. Was wir wissen, dass jemand, der in einer Depression ist, längere Pausen macht beim Sprechen. Und auch die Stimmvariabilität, also wenn ich jetzt rede, bin ich ja mal höher, mal tiefer. Und jemand, der definitiv in einer Depression ist, ist recht monoton. Da ist der Affekt total verflacht, wie wenn ich einen Roboter habe. Algorithmenbasierte Stimmenanalyse steht kurz vor ihrem Einsatz innerhalb des E-Mental Health. Amazon hat ein Patent zur stimmbasierten Bestimmung von körperlichen und emotionalen Eigenschaften seiner Benutzer erworben. Mit Sprachassistentin Alexa ist Amazon in der Lage, festzustellen, ob ein Benutzer depressiv ist. Das im Smartphone verbaute Mikrofon reicht aus, um Vorhersagen zu psychischen Erkrankungen zu machen. Einige Psychiater träumen bereits jetzt davon, dass die Stimmenanalyse bald so selbstverständlich sein wird wie eine Blutprobe. Der Patient wird nicht mehr ins Labor kommen müssen. Es reicht dann, dem Arzt auf die Mailbox zu sprechen und schon ist klar, ob die Depression noch anhält? Um so einen Algorithmus zu entwickeln, zu trainieren, muss Ebert seine User überzeugen, ihm Zugriff auf ihr Smartphone, Mikrofon, vielleicht auch auf ihre Kamera und auf ihre GPS-Ortung freizugeben. Wenn User das möchten, kann man beispielsweise sowas implementieren, wie dass man dem Telefon erlaubt, dass man immer mal wieder was reinspricht, entweder aktiv oder passiv und dann das automatisch analysiert. Mit der Erfassung ihrer biometrischen Daten willigen die User erstmal in deren Verarbeitung ein, ohne zu wissen, ob das jeweilige Unternehmen tatsächlich brauchbare Ergebnisse produzieren oder mit ihren Daten gewissenhaft umgehen kann. Aus diesen Daten und beispielsweise den Eingaben aus dem Stimmungsprotokoll soll dann ein Algorithmus entwickelt werden. Damit sollen Vorhersagen über das eigene Befinden möglich sein. Ganz genau, so funktioniert Forschung. Das hört sich für mich zuerst einmal nach Datensammeln an. Dieser Run auf Big Data, so hieß es ja früher, jetzt ist es ja KI, hängt sicherlich damit zusammen, dass man jetzt die Chance hat, eben Daten auch aus dem Lebenskontext herauszunehmen, nicht aus einer sterilen Laborumgebung, sondern ich habe jetzt Daten, die da generiert werden, wo sie dann eben halt entstehen, in der Lebenswirklichkeit. Bei der Stimmenanalyse kommt das sogenannte Big Five-Modell aus der Persönlichkeitspsychologie zum Einsatz. Anhand dieses lässt sich die Persönlichkeit jedes Menschen in fünf Kategorien aufteilen. Neigung zu emotionaler Labilität, Geselligkeit, Offenheit für Erfahrungen, soziale Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Diesen Charaktereigenschaften weist das Modell Stimmencharakteristika zu. Auch Gesichtserkennung soll bei der Diagnose von psychischen Krankheiten zum Einsatz kommen. Bei der algorithmenbasierten Gesichtserkennung gibt es ein ähnliches Modell wie bei der Stimmanalyse. Hier kommt oft Paul Eggmans Theorie der Emotionen zum Einsatz. Sie klassifiziert menschliche Gesichtsausdrücke in sieben Basis-Emotionen. Freude, Wut, Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung. Die Idee ist, dass ein idealtypisches Gesicht einem Gefühl zugeordnet werden soll. Beide Modelle haben zahlreiche Kritiker. Sie werfen sowohl der Gesichts- als auch der Stimmenanalyse Diskriminierung, Pauschalisierung und Simplifizierung vor. Bereits im 19. Jahrhundert fing Psychiater an, anhand von Fotografien Zusammenhänge zwischen Gesichtsausdruck und psychischen Erkrankungen herstellen zu wollen. Welcher Patient ist melancholisch? Welcher manisch? Welcher schwachsinnig? Die Fotografie war damals ebenso jung wie heute die KI. Richtige Frage in dem Zusammenhang ist, wer kommt überhaupt auf die Kriterien? Sind das jetzt, sagen wir mal, Psychologen wie ich oder Psychiater, die sich überlegt haben, das würde Sinn machen? Oder ist das rein datengetrieben? Es könnte auch darum gehen, die emotionale Situation eines Users einzuschätzen. Nicht nur das. Auch das Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft, sexuelle und politische Orientierung sollen sich angeblich anhand der Stimmen- und Gesichtsanalyse recht unproblematisch ermitteln lassen. Angeblich können sie sagen, ob du die Demokraten oder die Republikaner wählst. Aber sprechen wir nicht zu jedem Menschen anders? Reden wir nicht mit unseren Eltern anders als mit Siri, Alexa und Echo oder einem Psychiater? Was ist mit kulturellen Unterschieden in der Stimme? Was ist, wenn ich einen Migrationshintergrund habe und meine Aussprache sich etwas anders anhört? Was, wenn ich einen Sprachfehler habe oder wenn ich aus vorangegangenen Depressionen einen gewissen monotonen Tonfall verinnerlicht habe, Auch wenn ich heute gar nicht mehr depressiv bin. Ganz richtig, es gibt auch große kulturelle Unterschiede in der Sprache. Also Deutsche haben sicherlich ein anderes Vokabular als das Amerikaner. Aber Amerikaner sagt im Allgemeinen viel mehr great, amazing, totally. Also es ist viel mehr so in dieser absolutistischen Weise. Muss aber deswegen nicht unbedingt depressiv sein. Könnte auch manisch sein. Mathematikerin Cathy O'Neill hat schädliche Algorithmen als Weapons of Math Destruction, Waffen mit mathematischer Zerstörungskraft, beschrieben. O'Neill sagt, Algorithmen sind Meinungen eingebettet in Computercodes. Doch die meisten betrachten Algorithmen als objektiv und wissenschaftlich. Das sei ein Marketing-Trick, sagt O'Neill. Algorithmen erschaffen eine unfaire Welt. Sie wiederholen unsere früheren Praktiken und automatisieren den Status Quo. Und sie werden von privaten Unternehmen betrieben, die private Zwecke verfolgen. Die Ära, in der wir blindes Vertrauen in Big Data setzen, muss endlich ein Ende finden, so Cathy O'Neill. Rassismus kann als prädiktives Modell betrachtet werden. Es ist aus falschen, unvollständigen oder verallgemeinernden Daten zusammengebaut. Diese Daten zeigen an, dass Menschen einer bestimmten Rasse sich schlecht verhalten haben. Das führt zu der Prognose, dass alle Menschen dieser Rasse sich ebenso verhalten werden. Und wenn aus dem Modell erstmal eine Überzeugung geworden ist, erstarrt es vollends. Es werden toxische Annahmen generiert, die aber kaum jemals überprüft werden. Folglich ist Rassismus das schlampigste aller prädiktiven Modelle. Wurden nicht schon einmal in der Geschichte Deutschlands Menschen entlang biometrischer Merkmale vermessen, um sie dann in ethnische Kategorien zu stecken und zu selektieren? Medizininformatiker Urs Vito Albrecht. Wenn Sie Daten aufnehmen, die jetzt dann ein ganz normales Tracking von Bewegungen aufnehmen, könnte irgendjemand ja mal auf die Idee kommen, dann festzulegen, ab wann ist der Mensch dann eben faul und ab wann ist er fleißig. Und das liegt durchaus in der Hand dann derjenigen, die diese Algorithmen anbieten. Wenn jetzt also ein großer Konzern dann eben der Meinung ist, wir legen jetzt hier mal den Cut-off-Wert hin, dann ist das so. Und dann mit einem Mal hat man so eine Diskriminierung ja da. Der ist sportlich, der ist eher nicht sportlich, der ist Leistungsträger, er ist Leistungsverweigerer. Das kann man ja eskalieren bis dazu, dass man eben halt sagt, der ist krank und der ist gesund oder der ist nützlich und der ist nicht nützlich. Brauchen Menschen, die psychisch angeschlagen einen Therapeuten aufsuchen, nicht ein taktvolles und achtsames Gegenüber und keine Technik, die mit statistischen Wahrscheinlichkeiten kalkuliert? Dieser Wunsch, wenn ich etwas in Zahlen gegossen habe, dann kann ich ja damit rechnen und ich kann ja Voraussagen damit treffen, das sind ja alles Modelle und es sind ja nur abstrakter von eben dem Menschen selbst und nie der Mensch, der dann da ist, sondern wirklich nur ganz kleine Teile von ihm. Und das muss man eben halt auch bei diesem Wunsch des Verstehens und der Kontrolle dann eben erkennen, dass der Mensch mehr ist als die Summe seiner Teile. E-Mental Health ist längst auch im deutschen Gesundheitssystem angekommen, auf leisen Sohlen, wie ich finde, ohne einen öffentlichen Diskurs über Sinn und Nutzen dieser Technik. Fast jede deutsche Krankenkasse bietet mittlerweile ein digitales Behandlungswerkzeug an. Sie werden geleitete Selbsthilfe- oder Blended-Programme genannt, also gemischte Behandlungsformen. Bei der webbasierten Selbsttherapie am Heimcomputer werden Patienten durch externes Fachpersonal begleitet. Die Kontakte finden weitgehend via E-Mail statt. Die Technikerkrankenkasse hat den Depressionscoach, DRK hat die Praxis, AOK den Familiencoach Depression und die Barmer Mind District. Ich frage bei einem Betroffenen nach, der das Programm über mehrere Wochen getestet hat. Auch Steffen, der ebenfalls anders heißt, möchte anonym bleiben. Es gibt auch irgendwie so von der Barmer, das hatte ich auch mal so, auch so einen Depressionskurs. Die Barmer Krankenkasse arbeitet mit der Firma GetOn. Aber ich habe es irgendwann aufgegeben. Es war irgendwie zu unpersönlich. Also da ist es zwar irgendwie da Berater, aber konnte es auch irgendwie nur per Mail erreichen. Sind solche Programme eine gute Lösung, um eine Depression zu behandeln? Na, eigentlich nicht gut, weil Depressive ziehen sich ja zurück. Damit unterstützt du das ja nur, wenn dir die Krankenkasse sozusagen ein Tablet in die Hand drückt und du dann nur am rumdaddeln bist. Das ist ja eher dann unförderlich. Die Technikerkrankenkasse arbeitet beim Depressionscoach mit einem Team von Psychologen der Freien Universität Berlin zusammen. Bevor es mit dem Online-Therapie-Programm losgeht, führen diese Mitarbeiter im Vorfeld ein klinisches Telefoninterview mit dem Versicherten durch. Im weitesten Sinne wird hier eine Diagnose via Telefon erstellt. Im Schnitt werden zurzeit 70 bis 90 Versicherte auf diese Weise behandelt. Klingt für mich wie ein Depressions-Callcenter. Was ist, wenn anstatt neue Face-to-Face-Therapieplätze zu schaffen, die Krankenkassen immer mehr auf digitale Behandlungsformen setzen? Anne Moschner von der TK sieht das Problem. Ja, also ich meine, diese Dynamik ist natürlich bei jeder Technologie. Also jede Technologie wird diskutiert und birgt die Gefahr, dass sie irgendwie Menschen ersetzen könnte. Anne Moschner sieht jedoch auch große Chancen in der Digitalisierung. Und bei aller Sorge, die man da vielleicht auch hat, ich sehe schon da eine große Chance, die Patientenautonomie zu stärken. Denn es ist ja gerade bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen sehr wichtig, dass die Betroffenen auch einen eigenständigen Umgang mit ihrer Erkrankung lernen. Iris Haut, Chefärztin an einer psychiatrischen Klinik in Berlin, weiß aber auch, dass die Abbruchquoten bei diesen Behandlungsformen sehr hoch liegen. Was wir überhaupt noch nicht wissen, welche Charakteristika muss ein Patient mitbringen, damit er für solch ein Programm geeignet ist und auch dabei bleibt. Da muss sicher auch noch ein Stück geforscht werden. Bei Medikamenten wäre es undenkbar, dass sie nur den Patienten einer Krankenkasse zustehen, während eine andere mit anderen Herstellern zusammenarbeitet. Auch könnten Krankenkassen ihre Versicherten zu bestimmten digitalen Behandlungsmethoden drängen. Es muss bleiben, dass es eine Option ist, eine Applikationsart. Man kann Medikamente als Tropfen nehmen, man kann sie als Spritze nehmen oder als Zäpfchen. Aber es muss die freie Wahl sein. Es darf kein Entweder-oder sein. Blended-Programme bedeuten zuerst einmal eine Verschulung der Therapie. Am Bildschirm klickt sich der User von einem bunten Layout mit stimulierenden Grafiken zum nächsten weiter. Wir starren auf die Bildschirme unserer Smartphones. Wir lesen und schauen Nachrichten, pflegen soziale Kontakte, konsumieren, spielen, tätigen unsere Einkäufe, erledigen Bankgeschäfte. Alles am Bildschirm. Und jetzt soll psychische Heilung auch im Bildschirm stattfinden? Ist das wirklich eine gute Idee? Ich habe alle meine Apps auf meinem Handy gelöscht. Ich möchte einfach nicht getrackt werden. Nichts hat Robin bei der Überwindung ihrer Sucht und der Bewältigung ihrer Krankheit so sehr geholfen, wie die regelmäßige Teilnahme an Selbsthilfegruppen. In ihrem Fall waren es die sogenannten Zwölf-Schritte-Gruppen, die den meisten unter AA, den anonymen Alkoholikern, bekannt sind. Es gibt jedoch auch Gruppen, die sich ausschließlich der psychischen Gesundheit widmen, wie den Emotions Anonymous. Mit digitaler Selbstbehandlung wäre ich nicht dahin gekommen, wo ich heute stehe. Ich würde diese Erfahrung nie missen wollen, mit anderen verrückten Menschen in einem engen Raum dicht aneinander gedrängt zu sitzen, um mit der Hilfe ihrer Gemeinschaft Kraft schöpfen zu können. Es sind Menschen, die mich zum Weinen und zum Lachen gebracht haben und die mir gezeigt haben, dass ich mit meinen Kämpfen nicht alleine bin. Auch Facebook liegt das Wohl psychisch kranker Menschen am Herzen. Nachdem mehrere Selbstmorde live auf Facebook zu sehen waren, entwickelte das Unternehmen einen Algorithmus, der Selbstmordabsichten frühzeitig erkennen soll. Wenn ich auf Facebook poste, dass ich mich selbst verletzen will und jemand das liest, kann er oder sie es bei Facebook melden. Hier bei uns haben wir Experten, die von uns geschult wurden, diese Beiträge zu prüfen. Und wenn es so aussieht, als ob sich diese Person in unmittelbarer Gefahr befindet, wenden wir uns an die zuständigen Behörden, um einen Wellness-Check durchzuführen. Wichtig! Wenn du auf Facebook eine direkte Suizidankündigung entdeckst, wende dich bitte umgehend an die nächste Polizeibehörde oder den Notruf. Facebook verwendet künstliche Intelligenz, um den Inhalt aller Nutzer auf seiner Website nach Anzeichen von Selbstmordgedanken zu scannen. Das System weist an jedem User eine Selbstmordrisikobewertung zwischen 0 und 1 zu. Werte, die näher an der 1 liegen, stellen ein höheres Selbstmordrisiko dar. Mason Marks ist ein amerikanischer Rechtsanwalt mit medizinischer Ausbildung. Er ist auch Gastwissenschaftler an der Yale Law School in Connecticut für die Bereiche Gesundheitsgesetzgebung und Datenschutz. Wir wissen, dass Facebook mindestens 3.500 dieser Wellness-Checks durchgeführt hat. Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt. Doch wie sind diese 3.500 Einsätze verlaufen? Wie viele Leben konnten wirklich gerettet werden? Wie viele von ihnen waren falscher Alarm? Nach zahlreichen E-Mail-Anfragen und einer monatelangen Wartezeit werde ich informiert. Wir können diese Details nicht mit Ihnen teilen. Der prominenteste Fall eines schiefgelaufenen Wellness-Checks wurde im Mai 2018 publik, als die Wohnung der Whistleblowerin Chelsea Manning von einem Trupp Polizeibeamter aufgebrochen wurde, nachdem diese scheinbar Suizidgedanken online geteilt hat. Die zuständige Polizeidienststelle wurde von besorgten Manning-Followern darüber informiert. Manning befand sich gerade außer Haus, als die Polizei mit vorgehaltenen Waffen ihre Wohnung stürmte. Alleine 2018 wurden mindestens 64 Personen bei solchen Polizeieinsätzen erschossen, weil sie angeblich Anzeichen psychischer Labilität gezeigt hatten. Suicide by Cop ist eine in den USA verbreitete Methode des Suizids mit dem Ziel, das eigene Leben durch tödliche Schüsse eines Polizisten zu beenden. Für jemanden mit Selbstmordabsichten bietet ein Wellness-Check eine geeignete Gelegenheit dazu. Das Suizidrisiko der Benutzer kann durch den Wellness-Check tatsächlich erhöht werden. Oder diese Person könnte gegen ihren Wellen ins Krankenhaus eingeliefert und medizinisch behandelt werden. Zumindest hier in den USA ist die Polizei auf psychische Erkrankungen und Selbstmord nicht besonders gut vorbereitet. Die Polizei erhält weitaus mehr Schulungen im Umgang mit Schusswaffen als im Umgang mit Menschen. Das Facebook-Suizid-Vorhersage-Programm könnte als unlizenzierte medizinische Behandlung angesehen werden. Das bedeutet, hier werden Gesundheitsuntersuchungen vorgenommen und medizinische Diagnosen gestellt. Facebook selbst lehnt diese Definition ab. Zehnmal am Tag löst also Facebook irgendwo auf der Welt einen Polizei- oder Rettungseinsatz aus. Nicht ganz, denn laut Facebook ist das System in Europa nicht aktiviert. Warum eigentlich nicht in Europa, frage ich Antigone Davis. Aufgrund der europäischen Datenschutzbestimmungen haben wir uns dagegen entschieden. Mein Begrüßenswert ist, als wäre es mich darum kümmert, dass sich Leute nicht suizidieren. Was halt bloß gut wäre, dass es transparent gemacht würde. Wann passiert etwas, gibt es auch vielleicht Fehlalarm. Ich brauche sozusagen erstmal eine Grundlage, bevor ich einen Algorithmus bastele. Der Algorithmus bastelt nicht selber, der wird immer noch von Menschen gemacht. Was ist mit den Studien, die die Wirksamkeit der Behandlungsmodelle belegen sollen? Gibt es zurzeit ausreichend kompetente Experten, die die Validität dieser Studien beurteilen könnten? Hält die Reflexion über Prozesse auf dem E-Mental-Health-Sektor Schritt mit der Geschwindigkeit und Raffinesse der Vermarktung dieser Programme? Geil, wenn die Leute jetzt sagen, ja unser Ding ist so total wirksam, wegen Studie XY, sondern aber in der Studie wurden die Leute halt krass betreut. Ich finde es halt persönlich ein bisschen unehrlich, weil wenn man sich das wirklich mit Verstand anguckt, dass tatsächlich der Erfolgsfaktor dieser Studie die Betreuung ist. Ich glaube, man könnte den, egal welche Inhalte hinsetzen, die Leute freuen sich darüber, dass sich jemand anruft und sagt, wie läuft's. Es gibt hunderte Faktoren, die für eine Depression interessant sind. Statistisch gesehen werde ich immer etwas finden. Ich kann alles mit allen möglichen in Zusammenhang bringen. Die Frage ist, ob es wirklich theoretisch oder auch inhaltlich Sinn macht. Und gut ist, wenn man eigentlich eine Theorie dahinter hat, nicht wie was bei Cambridge Analytica funktionierte. Ich gucke einfach, was da rauskommt. Auch in Europa wird längst mit Stimmen und Gesichtserkennung geforscht, werden biometrische Daten verarbeitet, wird die menschliche Psyche vermessen, um digitale Therapien anbieten zu können. David Eberts Plan ist es, ARIA mit den restlichen Get-On-Programmen zu verschmelzen und sie zur zentralen App des Unternehmens zu machen. Ziel ist jetzt, jetzt ist ARIA eine hundertprozentige Tochter von Get-On, gemeinsam eine neue hybride Plattform zu entwickeln, auch unter Nutzung künstlicher Intelligenz. ARIA mit ganz vielen Tools im Alltag, wo man wirklich eine komplette Depression damit behandeln kann. Bei den neuen Get-On-Werkzeugen werden diese Daten die Grundlage des eigenen Algorithmus sein und die Grundlage der Behandlungsmodelle des Unternehmens. Auch ein eigenes soziales Netzwerk ist in Planung. Ja, das ist spannend, was da in den nächsten Jahren noch passieren wird. Die Antwort auf individuelle Probleme ist der Algorithmus. Das ist natürlich ein Riesengeschäft. Das muss man sich mal klar machen. Natürlich kann man mit so einem hohen Wut wie Gesundheit Geld machen. Und das wird natürlich auch ausgenutzt. Wie man da Klarheit schaffen kann? Also grundsätzlich wäre es erstmal toll, wenn diejenigen, die diese Applikationen herstellen, vielleicht den Menschen mitteilen, was man wirklich erwarten darf. Aber da steht natürlich dieses Geschäftsinteresse dann mitunter dazwischen. Man möchte natürlich auch wohl verkaufen. Und da benutzt man eher die Marketingmaschine. Das ist dann eben halt so ein Ding. Christina Wilms hat in der Zwischenzeit eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Sie möchte nicht mehr, dass ihr Name mit dem Produkt Aya assoziiert wird. Was klar ist, dass im Bereich der Psychotherapie was passieren muss. Aber ob das online die Lösung ist, weiß ich nicht. Oder ob vielleicht die Lösung ist, dass wir einfach auf einer gesellschaftlichen Ebene einfach enger zusammenrücken müssen und nochmal darüber nachdenken müssen, was Zugehörigkeit, Verbundenheit und Menschlichkeit bedeutet. Die Vermessung der Psyche Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD-Radio.